Pass gut auf, mit wem du schöne Erinnerungen sammelst, denn sie brennen sich in dein Gehirn ein und verbinden diese schöne Erinnerung automatisch mit dieser Person. Hallo zusammen, hier ist wieder Steve, Gründer und Coach von Selbstliebe Mindset und wenn du mich noch nicht kennst, ich kläre hier auf meinem Kanal über Beziehungsdynamiken, über die Dynamik zwischen Mann und Frau auf, insbesondere in Bezug auf toxische Beziehungen, beispielsweise mit Narzissten und Narzisstinnen. Wenn das für dich ein interessantes Thema sein könnte, abonniere gerne meinen Kanal, ich veröffentliche regelmäßig Videos zu genau diesen Themen, wie du aus solchen Beziehungen rauskommst, wie du solche Beziehungen verarbeiten kannst, denn ich habe genügend Erfahrung in meinem eigenen Leben gesammelt und befasse mich generell mit der Beziehungsdynamik zwischen Mann und Frau und toxischen Beziehungen seit nun fast 10 Jahren. Und auch die heutige Folge beinhaltet wieder ein kleines Learning aus meiner eigenen Geschichte. Ich war vergangene Woche mal wieder ausgiebig wandern. Das Wetter war toll, die Sonne strahlte, also ein wunderbarer Tag, um raus in die Natur zu gehen. Diese Leidenschaft wiederum, wandern, die Natur genießen, neue Orte entdecken, diese Leidenschaft teilte ich auch mit meiner Ex, also meiner verdeckten Narzisstin. Und diese hatte mich natürlich damals an diese ganzen schönen Orte begleitet. Das heißt, wir haben gemeinsame Erinnerungen gesammelt. Ja und während meiner Wanderung sind mir da einige Dinge aufgefallen. Es kamen einige Erinnerungsfetzen. Erinnerungsfetzen an die schönen gemeinsamen Wanderungen, an die schönen Ausflüge, die wir gemacht haben, an die schönen Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben auf unseren Touren. Ganz pauschal einfach Erinnerungen an die schönen Wanderungen mit meiner Ex. Und hierbei ist mir etwas extrem Wichtiges aufgefallen, was ich heute mit dir teilen möchte. Diese schönen Erlebnisse verbinde ich automatisch mit meiner Ex. Ich verbinde diese Erlebnisse automatisch mit einer Person, die mir, wenn du meinen Kanal kennst und schon einige auch der älteren Videos gesehen hast, da habe ich sie immer gerne beschrieben, eine Person, die mir so richtig ins Hirn geschissen hat. Wenn du dich schon ein wenig mit dem Thema Narzissmus in Beziehungen befasst hast, dann weißt du sicherlich genau, wovon ich rede und wie wenig spaßig solche Beziehungen zu verarbeiten sind. Aber um da nicht abzuschweifen, ich verbinde diese Erlebnisse automatisch mit dieser Person. Und hier liegt eben diese große Gefahr. Stell dir vor, du bist an einem schönen Ort und erlebst etwas Schönes. Du erlebst das mit einem Kumpel, du erlebst das mit deinem besten Arbeitskollegen oder du erlebst es mit deiner besten Freundin. Du verbindest diese Erinnerung mit dieser Person. Und wenn du jetzt etwas für dich Schönes erlebst und dieses Erlebnis oder bei diesem Erlebnis von deinem Date oder deiner Partnerin oder deinem Partner begleitet wirst, dann verbindest du das automatisch mit dieser Person. Und da diese Erinnerung ja schön ist, da es für dich ja ein schönes Erlebnis war, da es für dich auch ohne diese Person ein schönes Erlebnis geworden wäre, da diese Person aber dabei war, verbindest du es mit ihr. Also speicherst du automatisch ein positives Bild dieser Person ab. Diese Person manifestiert sich als positiv, schön, wohlig, warm, gefühlvoll, whatever in deinem Geiste. Du speicherst das so ab. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Das macht dein Gehirn automatisch. Und das Gefühl, welches du da erlebt hast, auch beispielsweise nach einem gemeinsamen Urlaub, wenn du dann mal wieder in Urlaub gehst, vielleicht alleine, du assoziierst sofort einen Ort, ein Gefühl, eine Aktivität. Du assoziierst es sofort mit einer potenziell massiv toxischen, illoyalen und schädlichen Person. Wenn du später, lange nach der Trennung, eben diesen Aktivitäten gerne wieder nachgehen möchtest, die du eben halt ohnehin gerne tust, dann durchlebst du potenziell immer wieder ein Vermissen. Weil du hast ja mit dieser Person diese Aktivität gemacht. Diese Person, die, keine Ahnung, fünfmal fremdgegangen ist, dich belogen und betrogen hat, die dich abgewertet hat, die dir ins Gesicht gespuckt hat, die einfach nur massiv schädlich war, der du komplett egal wurdest. Diese Person war doch aber so schön, als sie da mit mir im Urlaub war. Diese Person war doch so, das war doch so ein schöner Tag. Und so baust du dir selber eine kognitive Dissonanz auf. Weil du hast ja auf der einen Seite die Person in deiner Erinnerung, die so unglaublich schlimm war und gleichzeitig hast du die Person, die ja so schöne Gefühle in dir ausgelöst hat. Klingt jetzt fast ein wenig wie Schuldzuweisung deinerseits, dass ich sage, du baust in dir selber eine kognitive Dissonanz auf. Ich meine damit aber, mach dir bewusst, beziehungsweise sei dir bewusst, dass sich Menschen eben in gewisser Weise in deinem Geiste manifestieren können. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Die illoyalste, untreuste, schädlichste, toxischste, furchtbarste Person kann mit dir eine schöne Wanderung machen, an die du dich gerne zurückerinnerst. Diese schöne Erinnerung basiert aber nicht auf dieser Person. Diese Person war nur Teil des Ganzen. Ich meine, ich will hier gar nicht abstreiten, dass toxische Menschen durchaus dir auch sehr schöne Momente bescheren können. Du musst aber aufpassen, mit wem du schöne Momente teilst. Denn nehmen wir mal an, du lernst jemanden kennen, du bist beim zweiten oder dritten Date und machst direkt eine Aktivität, die dir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn du im Nachhinein feststellst, dass diese Person einen dreistelligen Bodycount hat oder bereits 30 Partner in der Vergangenheit hatte, weil die Person einfach nicht bindungsfähig ist, dann leidest du unter Umständen lange Zeit darunter, es nicht auflösen zu können in deinem Kopf, warum diese Person denn auf der einen Seite so schön sein kann, so toll sein kann und auf der anderen Seite so unglaublich illoyal und durchtrieben. Daher ist es unglaublich wichtig, die Person, die du näher in dein Leben lässt, da kommen wir jetzt zur Quintessenz, es ist unglaublich wichtig, die Personen, die du in dein Leben lässt, die du teilhaben lässt an deinem Leben, an den Dingen, die dir Spaß machen, an den Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Es ist unglaublich wichtig, diese Person gut auszuwählen. Lass nicht jede Person in dein Leben, nur weil sie gerade gut aussieht, hohen Status hat, Geld hat, einen geilen Arsch hat, was weiß ich, was es alles für Gründe gibt. Lerne die Person vorsichtig kennen, bevor du sie wirklich in dein Leben lässt, zu Aktivitäten mitnimmst, die dir viel bedeuten, denn es kann dir im Nachhinein richtig auf die Füße fallen, wenn du im Nachhinein deinen Aktivitäten, denen du immer schon gerne nachgegangen bist, dann nachgehst und diese Person dabei vermisst. Denn dein Gehirn spielt dir dann unter Umständen genau diesen fiesen Streich. In meinem Falle waren es jetzt glücklicherweise Erinnerungsfetzen. Meine Geschichte ist schon lange her, über zwei Jahre. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass auch bei mir dazwischen der Gedanke war, ja wie schön das damals denn war. Und da muss man sich dann sehr, sehr bewusst über diese ganzen Dynamiken sein, sehr, sehr bewusst und klar über diesen ganzen Prozess, über das gesamte Konstrukt des Narzissmus. Man muss sich da sehr, sehr gut im Griff haben und sich das direkt vor Augen halten, damit man eben da nicht wieder ins Vermissen gerät. Denn was vermisst du denn wirklich? Vermisst du wirklich diese Person? Vermisst du wirklich die Person, der du dann egal warst? Die Person, die dich einfach weggeschmissen hat? Die Person, die dich einfach ausgetauscht hat? Dich im wahrsten Sinne fallen gelassen hat wie die heiße Kartoffel? Die Person, die du in deiner Verzweiflung, weil du schon am Ende warst mit deinen Nerven, mit deinen Kräften, die Person, die du angeschaut und nicht wiedererkannt hast, weil sie so kalt wurde, weil sie so abweisend wurde, weil sie so distanziert und ekelhaft dir gegenüber wurde. Vermisst du wirklich diese Person oder vermisst du, dass diese Person nicht mehr so war, wie du sie gerne gehabt hättest oder dass diese Person dich eben begleitet hat bei Dingen, die dir ohnehin Spaß gemacht hätten, auch wenn nur ein Kumpel dabei gewesen wäre. Natürlich sind solche Erlebnisse schöner, wenn man sie mit einer Person teilt, die man liebt. Aber es ist auch schöner, eine Person zu lieben, die einen auch liebt und nicht einfach nur als Mittel zum Zweck sieht. Deswegen mach dir das bewusst, wenn du mal eine ähnliche Situation hast, dann denk an meine Worte. Pflanze dir sozusagen den Coach in den Kopf. Was würde Steve jetzt sagen? Was würde Steve mir jetzt raten? Das kann ein unglaublich hilfreiches Mittel sein, wenn du auf dumme Gedanken kommst, wenn du ins Vermissen kommst, dir einfach nochmal klar vor Augen zu halten, was würde ein Außenstehender, der meine Situation kennt und versteht, was würde der mir raten? Was würde der mir sagen? Pflanze dir diesen Gedanken in den Kopf. Was würde Steve jetzt sagen? Und dann kannst du dir rational sehr viele Antworten selbst geben. Da brauchst du nicht mal ein Coaching bei mir buchen, weil du eventuell allein nur durch diesen Shift in deinem Mindset, in deinen Gedanken die Außenperspektive einnehmen kannst und reflektieren kannst, was ein anderer sagen würde. Was würde ein anderer dir raten? Also mach dir das bitte bewusst und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, teile dir wichtige Dinge, dir vertraute, nahe Dinge, intensive Dinge aus deinem Leben, intime Dinge aus deinem Leben. Teile diese nur mit Menschen, die du gut genug geprüft hast und weißt, dass sie dir nicht im Nachhinein etwas präsentieren werden, womit du in Zukunft nicht mehr klarkommst. Ist jetzt leichter gesagt als getan, aber ich denke, du kannst mir folgen und weißt, was ich damit meine. Natürlich können wir nicht jeden prüfen, wir können nicht jeden erst mal fünf Jahre kennenlernen, bevor wir dann mal, ja, eigentlich, ich gehe hier gern, ich nehme jetzt mal hier als Beispiel bei mir aus dem Schwarzwald, die Hornisgrinde, einer meiner Lieblingsberge. Da war ich so gut wie mit jeder Frau, die ich irgendwie mal gedatet habe, die dann eben näher in den Auswahlprozess kam. Da muss man jetzt nicht fünf Jahre warten, aber wenn du weißt, dass dir etwas ganz besonders wichtig ist und du möchtest das in Zukunft nicht mit falschen Gedanken überlagern, dann wähle weise, wer dich begleiten darf. So, ich hoffe, ich konnte dir hier meine Gedanken dazu ein wenig näher bringen. Wenn du mehr meiner Gedanken wissen möchtest, dann schau gerne unten im ersten Kommentar, habe ich den Link zu meinem Newsletter, meine Newsletter-Abonnenten kriegen in der Regel einmal die Woche weitere Insights und persönliche Geschichten, die ich auch hier auf YouTube bewusst nicht teilen werde. Dazu natürlich alle Neuerungen, die es rund um Selbstliebe-Mindset gibt, alles, was bei mir so ansteht an Projekten, natürlich die besten Angebote für irgendwelche Kurse, die in Zukunft erscheinen und natürlich auch für meinen kommenden Kurs, der am 1. September für wenige Tage erworben werden kann. Auch hierzu wirst du über den Newsletter am besten informiert. Trag dich gerne ein, es ist kostenlos, du kannst dich jederzeit wieder austragen. Ich nerve dich auch nicht mit tausenden E-Mails, wo ich dir irgendwas verkaufen will. Natürlich möchte ich auch was verkaufen, aber das ist ein kleiner Aspekt des Ganzen. Mir geht es auch darum, einfach meine Gedanken zu teilen und mein Wissen weiterzugeben, damit ich vielleicht den einen oder anderen Menschen da draußen bewahren kann, dumme Scheiße zu tun, weil ich einfach auch vorzeigen kann, wie ich es gemacht habe und dass es möglich ist, das alles zu überstehen, zu verarbeiten etc. Also, trag dich gerne ein, like gerne das Video, wenn dir das gefallen hat, abonniere meinen Kanal, komm gern auch in meine Telegram-Community und tausch dich mit mir und anderen aus, findest du alles unten in der Videobeschreibung. Das Wichtigste aber, auch wenn du wandern gehst, hab immer positive Gedanken. Wir sehen uns beim nächsten Video.